Für eine umfangreiche und vielleicht sogar systematische Recherche ist es notwendig, in mehreren Datenbanken zu recherchieren. Dafür müssen wir die Suchanfrage allerdings übersetzen, da jede Datenbank ihre eigene Syntax und Feinheiten besitzt. Ein einfaches Tool dafür ist die Polyglot-Funktion des Systematic Review Accelerators. Die Übersetzung kann hier zwischen zahlreichen relevanten Datenbanken durchgeführt werden und funktioniert über einen einfachen Klick auf die jeweilige Datenbank. In das Startfeld können Suchstrings aus allen aufgeführten Datenbanken eingegeben werden. Es wird automatisch erkannt, welcher Syntax die Suche entspricht. Besondere Merkmale werden jeweils hervorgehoben. Dazu gehören die boolischen Operatoren AND, OR und NOT, außerdem Mesh Terms, die Medical Subject Headings und Phrasen. Werden nur bestimmte Felder für die Suche ausgewählt, werden diese auch besonders markiert. Die Felder-Suche präzisiert die Recherche und kann sehr sinnvoll sein. Das Tool ist außerdem hilfreich, um sich die Unterschiede zwischen den Datenbanken vor Augen zu führen. Hier kann schnell geprüft werden, was in den jeweiligen Datenbanken funktioniert und was nicht.